17 Wochen lang eilte das dänische Megatalent Anders RBLZ-Unterstrich Anders Wehgang in der Food Weekend League von Sieg zu Nach unglaublichen 536 gewonnen Partien in Folge kam die unglaubliche Serie jetzt zu einem jen Ende Am vergangenen Wochenende gab der 15-Jährige sein bislang erstes Spiel Anders Wehgang von RBLZ Gaming verlor am Wochenende sein erstes Spiel Twitch, Anders-Unterstrich Wehgang nichts ist für die Ewigkeit Dieser Rekord allerdings 536 Spiele in der Weekend League konnte Anders RBLZ-Unterstrich Anders Wehgang in Folge gewinnen So etwas hat es in der 5-Jährigen Historie des Food Champions Modus noch nie Eigentlich sah alles am vergangenen Wochenende so aus, als könne der Däne, der erst vor kurzem seinen 5. Geburtstag feierte, seine Serie ausbauen Doch dann folgte das verhängnisvolle Match, beim Stand von 26 zu 0 Traf Wehgang auf einen Gegner, gegen den er keine Mittel finden sollte Bereits zur Halbzeit lag der Profi von RBLZ Gaming mit 0 zu 1 zurück und fand auch nach der Pause nicht besser ins Sch Im Gegenteil, in der zweiten Hälfte drehte sein Kontrahent erst richtig auf Am Ende musste sich der Spieler, der für die E-Sports-Abteilung von RB Leipzig in FIFA 21 unterwegs ist, mit 1 zu 5 gestiegen Pelé, Roni und Nema fand Wehgang kein Mittel und am Ende fehlten dem FIFA-Wunderkind sogar die Vorzuspruch aus der Community Die andere FIFA-Profis aus aller Welt sprachen jedoch ziemlich schnell unterstützt Der schwedische FIFA-Profi Ivan Boras legendler Banier schrieb auf Twitter, kein Programm dem in 5 Jahren Food Champion und er hat seine Siegesserie mit 14 Jahren begonnen Du bist für Größe vorherbestimmt, mach weiter so Auch der kontroverse Ex-Profi Kurt Kurt 0411 Fenix sprach bei Wehgangs Leistung von einem einmaligen Rekord, scheute aber nicht davor, EA Sports einmal mehr zu kritisieren Das einzige, was ich mir in FIFA gerne angeschaut habe, so etwas in der Art werden wir nie wieder Kopf hoch, Kind Weitere Gaming-Nusse und alles aus der Welt des E-Sports und Gamings gibt es auf Early Game und dem Early Game YouTube-Kanal Philipp Brilheimspiel Cap Relive, Kipper Heimspiel Cap 3, 5 Februar, alle Videos in der Über... Für. Für. Amen. Amen.